Oh, ihr Kerl. Das ist ein neumodischer Kram. Ich soll mal jetzt aufsetzen. Zuerst muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Und dann passiert das, was der Doktor vorbeigebracht hat. Isana Handgel desinfektierend. Ah, ich glaube, da bleiben wir doch lieber bei unserem Kirschgeist. Das ist doch was ganz Anerstell. Und das desinfiziert doch auch. Oh, wunderbar. Ah, was liebe ich den Geruch und erst den Geschmack. So, und jetzt soll ich mal das Ding aufziehen. Hm, muss ich mal gucken, wie das geht. So, komm. Ja, da haben wir doch auch einen Spiegel. Oh, furchtbar. Du musst ja selbst den Tod erschrecken, weil er mich so aussiert. Nur da. Oh, das hätte ich dir mal lieber den Hut auf. Auf. Es ist hier auf. Oh, das ist hier, das ist hier. Oh, ja. Das ist hier. Oh, ja. Hm. Nein. Ich soll mir nicht mehr. Das ist hier. Ich will. Okay. Ja. Ja. Komm, nach Kassel. Ich wache da. Können Sie mal aufmachen? Komm, nach Kassel. heilig da heilig da es ist dir aufgesetzt ja ich sag's ja schon auch aufgesetzt das komisch denkt na das mein ich ja nicht der post ans Fenst ja deine Zeit ist rum verstehst du mich du hast mit mit mir ich muss mit? ja ich bin ja der Corona ja aber für mich für mich war da immer der Bordelkramer naaa jetzt bin ich ja zuständig der Bordelkramer der Chef ist im Homeoffice verstehst du mich? oh je du musst mit das ist nicht schön ja das ist nicht schön für dich aber vielleicht wird's ja besser als da du weißt ja noch nicht was auf dich zukommt äh könnte ja recht angenehm werden aber wenn ich jetzt da raus muss ja da ist kalt ja ist ein bisschen frisch wollen wir uns nicht wollen wir uns nicht erst oh mein Gott das ist ja wahrscheinlich ich muss wieder langsam wenn ich schon mit soll gehen dann müssen wir auch aus es ist desinfiziert vorerst und wärmt ja mit Wurm das dürfen nicht so lange dauern wie nicht lang einfach wupp einfach wupp dann wupp dann wupps mal weg das ist ja das ist ja der macht ja auch lustig ja ja das ist ja lustig wollen wir auf drei wupps nicht leichter ja ja eins zwei drei und wupp ah wuh wupsi wupsi das ist ja voll voll fest ja noch einmal so schön warm ich fühl's ja besser wie ein Bock du hast die auf der nächsten krieg mal auch noch mit nur eins zwei neun jetzt sind wir aber kein Säden mehr ja die auch die Zum Nachspielen. Prima. Eins, zwei, drei. Wupp! So. Prima. 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 Ich verstehe. Sie ist auch ein bisschen warm. Und jetzt kommt Anna noch. Anna noch. Anna noch. Anna noch. Auf geht's. Ein, zwei, schnell. Wupp! Einfach. Einfach. Auf. Wupp. Wupp. Auf. 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 Jetzt kann ich mir das Ding hergeziehen. Warum denn? Wie ist denn jetzt los? Ja. Corona ist weg. Ja, der ist völlig weg. Warum denn das? Ja, das hat der Kirschgeist gemacht. Was? Der Kirschgeist? Ja. Ja. Wo ist mein Corona? Ist weg. Ja. Wollen wir auf den Schreck noch einen trinken? Auf den Schreck wollen wir noch einen trinken. Ja. Kommst du jetzt nicht mehr mit mit mir? Ja. Aber es ist dir doch aufgesetzt. Ja. Es ist dir aufgesetzt. Ja. Und was sagt mein Chef? Der Bordelkramer. Ja. Der kennt die Geschichte. Ist ja heute auch kein Problem mit. Ja. Das ist gut. Ja. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. so und jetzt machs gut und grüß mal den Brandelkramaschel watschnu ob watschnu ob